Im ersten Teil des YouTube-Videos, wie man sich selbst eine Küche baut, haben wir schon mal den Grundkorpus zusammengestellt. Da das Video nicht ganz so lang werden sollte, habe ich jetzt das zweigeteilt und in dem zweiten Video schließen wir jetzt einmal alles an und ich zeige euch, wie wir das gemacht haben. Ehrlich gesagt bin ich mit meinem Latein ein bisschen am Ende, was das Fenster betrifft. Hier unten in der Pfalz sind zwei Löcher, die da sind, ab Werk. Ich mir das aber ehrlich gesagt nicht erklären kann, warum das so ist. Die einzige Lösung, die ich jetzt erstmal dafür habe, ist, das Fenster einfach nur mit Zika-Flex so zuzumachen, dass es dicht ist, weil es läuft einfach Wasser rein. Ich würde vermuten, dass hier nicht das originale Fenster drin ist, wäre meine einzige Erklärung dafür. Und dass hier wieder ein Fenster rein muss, was halt kein, ja nicht zum Öffnen ist. Da ich jetzt erstmal keine Lösung für dieses Problem habe, werde ich es einfach mit Zika zumachen, damit es alles dicht ist und damit es in Zukunft dann nicht mehr reinläuft. Aber Hauptsache ist, wir können es erstmal weitermachen am Fahrzeug und es regnet hier nicht mehr rein. Das Walnussholz oben ist jetzt schön fest, das haben wir von unten mit Schrauben gemacht, eine Million Schrauben. Aber besser ist zu kleben, weil wenn wir dann nochmal irgendwas lose machen müssen von, müssen wir die ganze Sache abreißen. Das will ich nicht. Deswegen haben wir alles geschraubt mit vielen Schrauben. Als nächstes werden wir die Platte einmal richtig schön anschleifen mit der Maschine, mit dem Winkelschleifer am besten, damit alles schön plan ist. Und dann können wir es mit Parkettkleber beziehen. Die Frischplatte wird jetzt mit Parkettversiedlungslack einmal versiegelt. Chrissy macht das und ich glaube, jetzt kommt eigentlich richtig schön die Maserung raus. Die erste Schicht ist jetzt drauf. Man sieht, dass wir noch von der Kreise schreiten. Wir sind jetzt noch mal ein bisschen drauf. Aber vorher die ganze Sache immer anstrengend. Warum ein Waschbecken selber bauen? Relativ einfach für mich. Ich habe keine Lust, so viel Geld dafür auszugeben. So ein Waschbecken für ein Wohnmobil kostet relativ viel Geld. Man kann sich das auch selber bauen. Das ist jetzt nicht unbedingt die optimale Lösung. Aber für das, was ich damit vorhabe, sollte es erstmal reichen. Dementsprechend bauen wir jetzt aus einer Emailleschüssel unser Waschbecken. Dafür habe ich etwas vorbereitet. Da meine gekaufte Konstruktion für die Tankhalterung natürlich wieder nicht passt, wie so vieles bei diesem Fahrzeug, muss ich mir selber eine bauen. Dafür fahre ich in den Baumarkt, hole mir die einzelnen Teile dazu, weil eigentlich ist es nicht so kompliziert. Wir waren nur ein bisschen zu faul dafür. Dann flexen wir uns die Teile zu. Also blanken Metall ist es immer gut, wenn man ein bisschen Grundierung drauf macht, dass es noch eine ganze Weile hält. Gerade weil es unter dem Fahrzeug ist und dann mal Wasser hinkommen kann. Man kann es auch ohne machen, aber das wird nicht für ewig. Jetzt ist es Zeit, die Löcher in den Tank reinzubohren. Das machen wir. Dann habe ich extra die Bohrer gekauft. Ab geht's. Hier haben wir den Tank. Den machen wir jetzt mal fest. Dafür haben wir dieses Riesenteil gekauft, das nur in die Bohrmaschine geht. Das ist auf jeden Fall mein Bohrer, würde ich mal sagen. Dieser Bohrer hier ist einfach mal das Monstrum schlechthin. Brauchst richtig Gewalt, um das durch das Metall durchzudrängeln. Aber es passt. Jetzt ist der Tank angeschlossen unten. Wir können uns jetzt damit beschäftigen, hier hinten drin mal alles anzuschließen, so wie es sein soll. Dafür fangen wir mit der Pumpe an. Die muss ein bisschen Elektrik verlegt werden. Die braucht nämlich 12 Volt Strom. Das schließen wir jetzt als allerersteres Mal an. Da ich ja keine Tauchpumpe benutze, sondern das ganze System in der Küche mit Druck funktioniert und mit einem Ausgleichsbehälter, haben die Schläuche permanent, ich weiß nicht wie viele Bars sind, auf jeden Fall Druck drauf. Ich will noch einen Schalter einbauen, um diesen Druck auch wieder abzulassen, weil ich habe keine Ahnung, wenn unterwegs mal irgendwas undicht ist, dann laufen wir 50 Liter Wasser ins Wohnmobil. Da habe ich auf jeden Fall keinen Bock drauf. Dementsprechend werde ich mir einen Schalter einbauen, dass ich die Pumpe auch einfach wieder entkoppeln kann und da kein Strom drauf ist und vor allen Dingen dann auch nicht permanent weiter Druck aufgebaut wird. Deswegen bauen wir jetzt hier einen Schalter ein. Wir bauen jetzt nur das Rote, weil wir trennen den nur Plus. Jetzt haben wir alles angeschlossen am Schalter von O-Tronic. Sollte passen. Testen wir jetzt mal wieder die Sicherung rein von der Batterie. Das Wasser geht hier rein. Dort füllen wir wie mit einer Gießkanne oder einem Wasserschlauch oder was auch immer. Dann müssen wir jetzt einmal unter das Auto kriechen. Hier ist es hier durch diesen Schlauch in diesen 50 Liter Tank. Da sammelt es sich, dann fließt es hier raus. Hier ist noch ein Absperrhahn. Dann geht es einmal durch das Fahrzeug durch. Auf die andere Seite des Fahrzeugs, weil da ist ja die Küche. Dort geht es dann einmal hier unten wieder rein. In den Vorfilter. Vom Vorfilter dann in die Pumpe. Dann von der Pumpe in den Ausgleichsbehälter. Und vom Ausgleichsbehälter geht es dann hier hoch in den Wasserhahn. Das ganze System ist jetzt angeschlossen. Wir testen es jetzt mal. Und hier unten läuft das Wasser raus. Momentan erst mal so auf dem Boden ohne Unterflurtank. Der nächste Arbeitsschritt. Diese Platte zu Schubble anpacken. Damit die Türen halten, habe ich mir bei Amazon ein Klicksystem gekauft. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Müssen wir auch mal schauen, wie das in der Praxis dann aussieht und zukommt. Aber jetzt momentan funktioniert es eigentlich erst mal ganz gut. Und damit sind wir jetzt auch fertig. In den Schubladen sieht es noch ein bisschen unordentlich aus. Dadurch, dass jede Woche ein YouTube-Video rauskommen soll, habe ich es nicht fertig geschafft, alles in der Küche so fertig zu bauen, wie ich mir das vorstelle. Das mache ich jetzt noch. Was habe ich mir dabei gedacht, eigentlich hier keinen Kocher mehr einzubauen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar haben wir bei der letzten Reise gar nicht so viel die Küche benutzt, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Sondern wir haben eigentlich immer draußen gekocht. Weil draußen war es immer schön warm. Und man war sowieso die ganze Zeit draußen. Dementsprechend habe ich mir jetzt ein System gekauft, was nur noch darauf basiert, dass man einen mobilen Kocher hat. Wir können also die Fläche hier innen dafür benutzen. Können den Kocher aber auch einfach mit rausnehmen, um da zu kochen. Das macht irgendwie am meisten Sinn. Ich habe mir dafür den Primus-Kocher gekauft, mit einer Campinggas-Gasflasche. Wir können dadurch auch die Gasabnahme umgehen. Das ist ja auch irgendwie ziemlich cool, dass man das so machen kann. Ich zeige euch jetzt mal, wie dieses System funktioniert. Dazu hier die Campinggas-Flasche. Und hier haben wir das Verbindungsstück. Da ist schon ein Standard-Druckminderer dran. Den können wir einfach hier an die Campinggas-Flasche dann ranmachen. Hier aufmachen. Anmachen. Et voilà. Ist ein einfaches System. Natürlich muss man das immer wieder auf- und abbauen. Aber das sind die Kompromisse, die man in so einem Wohnmobil machen muss. Dementsprechend finde ich das besser so, als ein fest verbautes System, weil ich kann dieses ganze Teil mit der Flasche nach draußen nehmen. Einzige Sache ist die, diese Flasche halt wieder aufzufüllen. Diese Campinggas-Flaschen sind kein klassisches Propangas oder irgendwas dergleichen, was man an der Tankstelle bekommen kann. Man sollte sie nicht auch nicht unbedingt selber auffüllen, weil hier so ein Butan-Gemisch drin ist. Dann müssen wir dann mal schauen, wie man das weltweit halt auch wieder auffüllen kann. Europaweit soll es laut Campinggas kein Problem sein. Ich habe es in Riga jetzt auch schon einmal aufgefüllt. Das hat gut funktioniert. Müssen wir dann mal in der Praxis testen. Auf jeden Fall ist dieses System, so wie es da ist, für mich jetzt erstmal das Optimum, was ich mir so vorstellen kann. Weil wir haben hier Freifläche. Wir können draußen kochen. Wir haben jetzt einen Kompressorkühlschrank mit 12 Volt verbaut, der nur um die 40 Watt benötigt. Das bedeutet wesentlich weniger Stromverbrauch als bei einem Absorber. Und wir können die ganze Sache mit der Solaranlage von etwa 200 Watt betreiben. Das funktioniert ziemlich gut. Der Kühlschrank kann weitestgehend durchlaufen, ohne dass er extrem viel Strom verbraucht. Cool ist, wenn man sich das vorher einmal durchrechnet, was man so an Verbrauchern hat und dementsprechend das dann halt einfach auslegt. Und für mich war es dann das Richtige, so einen Kompressorkühlschrank zu benutzen, damit ich autark nur mit Sonnenenergie meine Küche versorgen kann und alles andere jedenfalls. Klar geht es immer noch mal besser bei so einer Küche. Das System, so wie ich mir das jetzt hier überlegt habe, ist erstmal ganz cool. Ich würde es jetzt noch mal ein bisschen besser machen, indem ich in den Schubfächern, die ich jetzt gebaut habe, nochmal wie so eine Systeme einbaue, dass man da Tassen richtig reinsetzen kann, etc. Wie man sowas auch bauen kann, eine Küche kann euch auch Arne nochmal zeigen. Der macht momentan auch ein YouTube-Video fertig zum Thema Küchenbau. Er ist nämlich quasi gerade bei dem gleichen Step. Und da schauen wir uns einmal ganz kurz drüber. Ja, moin. Die gleichen Teile habe ich also auch. Wie verbaut, das zeige ich euch ganz kurz mal. Gestartet bin ich in meinem Bus mit dem Küchenblock, der direkt unter dem Fenster steht und hatte da erst versucht, alles unterzubauen. Inzwischen gibt es hier noch einen zweiten kleinen Schrank. Der beherbergt einen 22 Liter Frischwassertank plus den Filter, die Pumpe, den Ausgleichsbehälter, genau wie bei Paul auch. Im Fuße des Schränkchens hier ist noch ein Y-Stück, was nämlich dann einmal den Schlauch speist rüber zum Küchenblock selbst für den Wasserhahn und zum anderen hier rüber geht in die Sitzbanken neben mir, weil ich da an der Seite noch einen kleinen Hahn mit Gardena-Anschluss verbaut habe für eine mögliche Außendusche. Damit das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, muss ich gerade den Boden auch nochmal neu machen, weil ich nämlich die Schläuche von der einen zur anderen Seite und auch hier rüber nochmal neu verlegen muss, schön unter dem Fußboden. Aber wenn das fertig ist, dann gibt es nochmal ein neues Video-Update in der Zukunft dazu. Tschüss! Danke Arne. Das war es jetzt erstmal mit dem Video. In der nächsten Episode werden wir nochmal nach Lettland fahren. Dort werde ich mich mit dem Kumpel Björn treffen aus Belgien. Wir werden uns zusammen einmal Lettland anschauen. Ich werde euch in der nächsten Woche in dem nächsten YouTube-Video mal einen Zusammenschnitt dieser Lettland-Reise präsentieren. Das war ziemlich, ziemlich cool mit den Destination Challenges, aber dazu in der nächsten Woche mehr. Danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn man die Träume lebt. Bis zum nächsten Mal.